Willkommen zur Folge Nummer 2 von unserem Let's Play House of the Dead Overkill, ich muss den Namen nochmal nachgucken, der ist echt anspruchsvoll, der ist halt eher so die, einer der für die Intellektuellen unter den Zuschauern gedacht. Was soll ich denn drücken? Ah, da bin ich. Kannst du auch was sagen? Ich hab A gedrückt, weil ich nicht B drücken soll. Ne, du sollst A B drücken, aber nicht A. Ach, ganz schocken müssen wir gehen, glaube ich. Oh Gott, wir sind ja echt. Ja, wir sind, äh, ja, es ist Cash, äh, kann ich dir jetzt für Chase Weapon? Ah, kann ich nicht. Aber ich glaub, ne, die Magnum konntest du doch kaufen, oder? Die hab ich doch schon. Ah, die kannst du. Oder? Ah, du kannst die upgraden. Ach so. Von den anderen kann ich nichts kaufen. Ne, da fehlt es genau. Aber die will ich noch nicht kaufen, die sind nicht so geil. Dann mach doch mal hier in die Nachladung schneller oder so. Oder mehr Power. Ja, da hast eigentlich recht. Ja. Ja, gut. Ich weiß, ich bin ja mehr so der denkende Teil, wenn du da sind. Alter, mein Gott. Schieß ne, wie wisst ihr. Also, wir brauchen Reload. Reload. Zack. Das ist auch das Teuerste, klar. Und jetzt will ich jetzt zurück. Ich glaub, du kannst auch auf deinen Shop gehen, das auch nochmal machen. Nee, geht nicht. Kann ich nicht. Also, ich glaub, das ist dann tatsächlich für beide jetzt gleich. Also, wir haben auch nur einen, eine Kasse. Ja. Höchst professionell geht es wieder direkt von Anfang an los. Ja, total. Ja. Wer kann, der kann. Genau, weil wir haben das auch nicht gescriptet oder so. Das ist wirklich... Das ist ja... Also, das Spiel ist gescriptet, aber wir nicht. Wir sind Reality. Improvised. Ja, so traurig das auch klingt. Naja. Es wäre noch viel trauriger, wenn die wüssten, dass das alles gescriptet ist. Sag das doch nicht. Wir haben uns ja vorher Gedanken drum machen, was uns die Witze dann so zuspielen. Naja, wie Bälle werfen uns hier die Wortwitze und die Pointen um die Ohren. Es ist ein wahres Fest. Genau, den Satz steht dann exakt so im Drehbuch von unserem Praktikanten, der da vorne steht mit uns in Tokio. Hallo? Hallo? Wir haben schlieb. Ja. Lass mal. Wir machen einfach weiter jetzt. So. Da ist das gar nicht lustig, was da passiert. Du musst ja wieder joinen. Ich bin schon da. Na ja, Hauptsache wir haben Spaß. Zombies und... Boah. Besser Sonne und Krieg. Zombies und Spiel. Boah! 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 Oh, der wirft Messer! Boah! Wer wirft den mit Messer... Der wirft den hier mit Messergriffen! ich verstehe jetzt automatisch nach dauert dann mal länger ist noch ein ach da war dann eigentlich nachladen so an zu hause gehen zombie kommt angerollt ich nehme links wer hat jetzt in der mitte rüst keiner wir sind doch die typen die auch alle erschießen auch die überlebenden muss man ja was ich ja da war das eine ob wir da so eine hilf in der hand schützen der hand jetzt aber ruhig mal wegräumen können wir hier hochfahren so zeitlupe es ist ja auch könnte ja sein dass er doch mal versehentlich jüngere zugucken und dann will man ja auch nicht das ist auf jeden fall spiel brutalität noch aushängen lassen das ist nur für die ganze familie müssen wir jetzt nicht provozieren und ist dann noch gewalt gefährlich aussehen lassen was es ja tatsächlich nicht ist das ist ja eher so ein das ist ja keine schock dann haben ich muss wenig schock dann kaufen das eigentlich viel mehr aber nicht weil wir dann nicht weil wir gewalt geil sind sondern wir müssen weil das Spiel einfach dann auch wir müssen die Anzahl der Zombies verringern wegen Naturschutz und so 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 und Notwehr und weil wir sie so lieb haben liebe Kinder ja ich weiß ja langmählich die Beine oh gehönt gehönt heute ich links ja aber den müssen wir doch gar nicht es gibt doch bestimmt Grund warum der da festgefesselt ist bestimmt nicht weil den die Überlebenden so lieb hatten wir gehen schon mal und ist echt ein dufter Typ aber irgendwer muss ja die Zombies schüttern aber ich glaube wir lassen ihn auch da hängen ne ist halt nur nicht tot der verhungert jetzt gemütlich ja während drumherum Zombie-Apokalypse ist oh da war er ja rechts oh die haben Messer nein schieß doch oh je da gehen die Köpfe dahin mit dem Handy ist das jetzt wieder der der uns einfach zurücklässt das ist glaube ich der der jetzt gleich abfühlt achso oh das hätte ich ah überraschend ne das sollte man mal einen Film verwerten das ist echt das könnte ich groß zu gehen das ist weil das ist weil auch grafisch ist hat das echt schon Battlefield 4 Qualitäten und das war schon vorher da es war zukunftsweisend ja nur für euch hier jetzt ausgegraben ich presse dich juhu war ich wohl kurzzeitig von der Oberweite abgelenkt ja da sieht man natürlich die Klamotten nicht das Blut kann ja heißt ja nicht gleich untot ja wenn man natürlich nur auf die Möpse guckt deswegen kurzzeitig ja 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 wer ist hier die Kofi ja ich glaube auch was shit das ist die Granaten kann doch Granaten mehr das muss man mal ich mach mal so eine Wuff pff nö pff pff definitiv keine Granaten das war keine Granaten nein so schlecht oh man oh man nein ich mein ich glaub das ging mit 1 oder so oder mit minus aber da musste man die erst einsammeln ja oh da unten ne Zeitlupe ich wusste dass du dich schon hast ich wollte das nur für den Effekt noch mal machen naja so dramatisch Zeitlupe Zeitlupe da unten ein Garzombie gut an dicken Zombies ist die laufen nicht so schnell hinter dir her ja dicke Kinder sind leicht Schmerz entführen oder wie war das? ja schwer zu kidnapten war da nachher ja gut dass wir den direkt auch auf Anhieb so überzeugt drüber gebracht haben und dann auch noch so richtig gut erzählt haben ja wie der Original geht ich erzähl gleich noch ein paar Witze ich sag dir das wird der Knaller ja verstehste verstehste echt so passiert wie gut das da eine Zwischensequenz war sonst hätt ich den jetzt erschossen verstehste ey es ist mir dann echt passiert voll witzig ja mal so eine fern Ah, Zini, Spaß am Dienstag. Ja, ja, genau. Oh, passend. Spaß am Dienstag war das. Dazu müssen die Leute wissen, wir nehmen gerade auf an einem Dienstag. Ach so, stimmt. Das haben wir natürlich absichtlich gemacht, damit wir diesen Witz bringen können. Zini, Spaß am Dienstag. Wie gesagt, wir sind halt, wir haben echt hinter diesem sehr locker, flockig gemachten Sachen, echt, wir stecken 10 Autoren aus Tokio. 10 Räder, ja noch. Genau, die da mit uns da halt sitzen, in dem Stockwerk, 99, die dürfen hier hoch. Einige freiberufliche Redakteure. Praktikanten aus dem Internet, China-Farmer im Nebenjob. Boah. So, ja, wir müssten eigentlich mal das Zini ein bisschen ein, müssen wir eigentlich noch mal kurz einblenden. Das lassen wir in einer unserer Praxis machen. Ja, wir bearbeiten unsere Videos ja nicht selbst, also das wäre lächerlich. Wir haben ja gar keine Zeit für, bei den redemäßigen Konzepten, die hier... Also, das sind eigentlich auch nicht unsere echten Stimmen. Nichts? Weil wir viel zu... Wir können das auch nicht mal... Wir lassen das sogar nachsynchronisieren, weil wir einfach... Da werden wir ja heiser. Also, das ist auch... Ach, wir machen das auch... Wir haben eigentlich auch Körper-Doubles hier sitzen, ne? Wir reden doch nicht mehr selbst in Mikros. Alter, das ist nur eine Attrappe. Also, ich kann mal hier... Die teure ist das... Ich glaube, das war jetzt laut. Scheiße. Das war ein Soundfehler. Der, ähm... Das kommt leider manchmal vor. Ist aber rein technischer Natur. Scheiße, das grüne Ding hat nicht getroffen. Den Spinat oder was er immer so durchdreht. Ja, ach, schon wieder... Oh, 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 oh. Ach, ist doch nicht wahr. Haben Sie jetzt nicht noch so eine komische Trüße? Ja. Sage ich doch. Oh, oh. Ich weiß nicht genau, ich glaube, dass die war nicht mehr ganz so frisch. Nee. Die war älter als sie... Die war schon kurz vor Madonna. Ah! Ich glaube, die gehen alle in die gleiche Klinik. Da, 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 da. Die haben echt viele Gölner rumblieben. Ich weiß aber noch nicht, was das bringen soll, wenn wir das einsammeln. Wir müssen die einsammeln, die Zombies, die nicht essen und verhungern. Da müssen wir nicht alle erschießen. Das ist so. Ne, macht keinen Sinn. Ne, gar nicht. Also, was sehr schade ist, weil es ja sonst ein sehr gut durchdachte Spiel ist. Ja, natürlich. Genau wie ja zum Beispiel einfach mal in so einen Wassertank hier reinzuspringen. Genau, ohne, ja. Und jetzt kommen wir nämlich... Also bei der Zomjöpokalbse würde ich das aber auch machen. Hey, im Aufzug eben hätte die... Ach, das ist schon, da war die auch einmal kurz. Und da ist sie nämlich auch wieder. Oh mein, ey, jo. Alles klar. Alles klar. Das ist ja auch vorher schon an der Wirbelsäule nicht aufgefallen. Ne. Ne. Kannst du nicht wieder so in die Ecke gehen und so leise holen wie ich? Weil du bist jetzt gerade echt bei einer Neuen. Dann wäre die ich gerne so bei einer Zwei. Es ist ein bisschen wie die Witch, ne? Es ist mir jetzt so fett auf dem Bild, ja. Oh ja, die wird schon auf. Die ist echt gruselig. Da erschreckt man sich echt, wenn man die anfängt. Ja. Ja. Das ist kein Spaß. Und die macht nämlich auch so diesen scheiß Beam-Kack hier. Huch. Äh, ja. Also echt beam oder taucht? Ja, die taucht. Nein, die beam, die taucht doch nicht. Die macht doch keinen Sinn. Oh. Guck mal, das Wasser ist glöcheln hoch. Wie soll die denn tauchen? Aber, dann hätte das wenigstens eine gewisse... Ja, das ist doch kein Goldfisch. Bei Highfilmen klappt das ja auch. Außer im Kaufhaus. Also, High-Am-Kaufhaus, da tauchen die nicht ganz so viel. Da beamen die auch, aber... Ja, aus der Tiefkühltruhe und so. In deinen Nacken, so. Dann ist das so kalt, dass du verschreckt abgehst. Hast du das auch gerade gesehen? Da war doch so was Rotes, was hier rum... Ja. Ich glaube, das war irgendwie gerade ein Grafik-Quad. Der hätte komplett unsichtbar sein sollen. Schütteln! Oh nein, Quick-Time! Nein! Schließen! Nein! Wieso passiert bei mir gar nichts? Weiß ich nicht, weil du nicht schütteln kannst. Das müssen wir aus der Übung, ne? Lässt du in letzter Zeit lieber schütteln? Für Entgelt oder so? Ja, ja. Weißt du... Ah! Weißt du, die Praktikantchen, die wir da haben? Du bist so bescheuert! Ich meine ja die, 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 äh, Ü21. Guck mal, da, da, da... Ach nee, das ist die... Oh mein Gott, das stimmt ja nicht da hinten. Doch! Das ist die gar nicht, ja? Ich meine ja die, nicht deine Praktikantin, sondern... Das wäre auch sehr komisch für... Ich bin echt am Arsch! Oh. Ich hab grad so, ich hab bei mir so dieses Plus da gesehen, hier oben, und ich dachte, ich muss mal Plus drücken, aber das ist ja totaler Schmachsinn. Das heißt, Held, das ist kein Plus, sondern, äh, ein Kreuz. Äh, ich hab auch Roman, hat wieder zugeschlagen. Bitte, äh, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja, richtig. Der wird bei uns echt groß geschrieben, also, großes Kreuz gemacht. Oh, da kommt sie! Ich hab nachgeladen, nein! So waren die kurz weg und dann wieder da. Ich sag, weil die, Alter, weil die sich beamt, die war doch eben schon im Aufzug, wo wir hier hingekommen sind. Ich hab grad... Du bist kurz eingenickt, das ist alles... Das ist ja schlechtes bei Spielen. Ich bin kurz eingenickt, so alt bin ich noch unerledet. Oh, 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 oh! Okay, wenn jetzt nochmal so eine Welle kommt, dann schieß ich auf die Trolle und du auf die Zombies, okay? Alles klar. Äh, okay. Oh, 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 oh! Der hat geklappt. Jetzt haben wir beide noch ein kleines Held. Ach, das soll bis jetzt unentspannt alles. Ja, und dann kommt die Bruder und macht dir alles kaputt. Oh, die haben die bald. Erst schreit die rum und dann echt wie in echtem Leben. Ja. Dann macht sie alles kaputt. Ist überall und nirgends. Und schreit... Nein! Ja. Ja. So, aber jetzt gibt's... Es ist ja auch eher. Denn... Jetzt gibt's erstmal gleich einen Bitch-Slap, ey. Oh, oh. Richtig. Richtig. Dann hat die erstmal ihre Brüder geholt, auch so typisch. Zack. Zack. Siehste, da hat sie sich nochmal... Die fühlt sich immer noch so ein bisschen komisch. Ja. 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 Ja, heldenhaft ohne einmal zu sterben sind wir auch durch dieses Level hindurchgekommen. Das war... Jetzt. Das ist nicht mein Telefon. Eine unerwartete Komplikation. Die Bitch ist ringen! Die Bitch ist ringen! Ja. Typisch Frauen, ey. Ja. Ich will meine Handtasche gucken. Aber ist nicht... Ey, das wäre zu offensichtlich. Das... Finger-fucking-Way. Sie ist auch sehr schön. Ja, so kommt man ins Kindesbuch. Ja. Ja. Hallo. Ich mach ab wie schnieks direkt grade. Hallo! Mushi-mushi. Können die bisschen nach oben hier so ein bisschen nass das fungten. Das ist für dich. Das ist auch schon geil. Das ist für dich. Du musst eigentlich diesen kleinen Hamster einblenden, den ich... Pup. ich werde es gibt breiter und schnitter schneider weiter reichen lassen kevin nachher den hamster weiße ich dachte nennt mal rausgespüßen gut und da schneidest du raus kevin ja sonst freundchen irgendwie freue ich mich auf next gen und solche spiele auf next rambo zum beispiel ist genau rambo next gen so nicht weiter sondern somit echt bewegen und echten gewinnen damit zu einer echten lk auf deinen ja bildschirm schießen da mit 3d und so ps4 dann sogar in 4d das wird zeit für eine pause und so schnitt und 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 und